Hallöchen YouTube zu einem weiteren Part von... Ja, Annahne. Momentan echt ein Lieblingsspiel von mir, muss ich echt sagen. So, laden wir mal. Stehen geblieben sind wir bei... Bei diesem komischen Bild mit dem sonst was, ne? Ja, ja. So, wir waren wirklich bei einem Bild, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Sondern eher, ja, was müssen wir mit dem Ofen machen? Stimmt, da war ja auch noch was. Aber da fehlt uns noch irgendwas. Irgendwas fehlt einfach. Ich würde ja jetzt sagen, diese rote Flimmern oder so würde uns helfen, aber das hilft uns einfach nicht. Weil einfach überall rotes Flimmern ist. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ne, jetzt mal ernsthaft. Wieso? Wieso hat das ein Loch da? Ja, also da würde ich spontan sagen, entweder ne... Das wird nicht klappen. Nein. Ja, dann kommt nur noch... Vielleicht... Ne, Quatsch. Warte. Klappbares Jagdmesser. Vielleicht, wenn man das in den Bauch rammt oder so. Ne, macht auch keinen Sinn. Nein. Vielleicht das Dingens hier oben. Der Verschluss. Vielleicht passt der da rein, aber ich glaube eher weniger. Vielleicht kann man das benutzen. Komm. Das kommt mir bloß in den Sinn. Okay. Hm. Irgendwas. Irgendwas anzünden. Ja, das muss... Moment mal. Habe ich nicht... Genau. Warte. Das probieren wir jetzt noch. Aber ansonsten habe ich ja auch keine Items, die man da irgendwie reinstecken könnte. Das einzige logische wäre jetzt noch, wenn man das hier, ja, ähm, erhitzt und dann da irgendwie reinsteckt oder sonst was. What the fuck? Das Bild pisst. What the... Was zum... Hey, es... Es lebt. Schlagen des Herzens. Untersuchen. Wie ungeheuerlich ist das denn? Es gibt Schläge von sich. Es schlägt. 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 Ich kann nichts nicht mehr aushalten. Ich muss... Ich muss es zerstören. Alter. Hier verfeilt die Ewigkeit, die in der Menschheit versprach. Alter. Man hört dieses Schlagen richtig. Das ist krass. Vielleicht kann man das jetzt irgendwie reinstecken. Weil wenn man das zerstören muss... So, benutzen. Ja, man, man kann das da echt reinlegen. So. So, mir jetzt egal. Vielleicht geht der Ofen ja kaputt, aber... Oder auch nicht, aber mir egal. Warum geht das nicht? Okay, vielleicht muss ich das ja auf den Ofen machen. Das kann ja auch sein. Ah, jetzt geht's. So, und das war... Was zum... Warum verfärbt sich alles lila? What the fuck? Alter! Okay. Denkst du wirklich, denn du näherst dich einfach deinem eigenen Untergang. Okay, ich schneide mich mal im Untergang. Schön zu wissen. Also gut. Das ist jetzt alles lila. Und hier ist es aufgegangen und die Treppe erschienen. Untersuchen. Diese Treppen führen zum Dachboden. Benutzen. Okay. Purple Rain freigeschaltet. Das Ex... Das will ich schon gern. Go... Get to the attic. Okay. Und die Musik hat sich schon wieder ein weiteres Mal verändert. Ja, neue Rätsel warten hier auch von uns. Ganz sicher. So, da geht's nach unten. Ähm, Folterstuhl oder was? Wo kommen die... Alter, wo kommen die Stimmen her? Okay. Es ist los nach einem Zufluchtsort, von dem du nicht mehr zurückkehren kannst. Hm. Liebst du sie? Vielleicht. Warum? Warum? Wer ist sie? Ich weiß es nicht. Okay. Was haben die Masken zu bedeuten? Du hast mit Liebe getötet. Okay. Versuchen. Sie sieht lebendig aus. Okay. Versuchen. Es beunruhigt mich. Warte, da stand noch was. Sie ist nicht wie die anderen Masken bearbeitet und ich kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich kann den Anblick der anderen Masken auch nicht ertragen. Aber... Gut, dann nehmen wir die auch mal mit. Ja, aber was ist damit? Ne, das nehmen wir mal nicht mit. Lieber nicht. Hey, da flackert doch was, oder? Oh ne, doch nicht. Ist nur die Mähne. Okay. Ich hab wirklich innerlich eigentlich Schiss und ich will eigentlich auch gar nicht mehr. Muss ich wirklich zugeben? Boah, Scheiße, Mann! Hey, hier komm ich auch durch. Du fürchterst den Tod und doch hast du keine Bedenken, dich ihm hinzugeben. Wenn ich das jetzt aufmache, was ist dann da? Ein Anzug, wie es aussieht. Schwarzer Schleier, untersuchen. Schwarz wie die Nacht, schwarz wie der Tod. Besser gesagt, würde ich ihn als düster bezeichnen. Und hier? Trauerkleidung. Sie ist gut erhalten, aber ich frage mich, wer sie an diesem Ort anziehen würde. Vielleicht bei einer schwarzen Messe? Anscheinend kann man etwas am Kragen anbringen. Nehmen. What the fuck? Haben wir dann jetzt gleich angezogen, oder was? So, ähm, da-da-da. Maske des Assassins, das Antlitz der Wahrheit. Schwarzes Gewand. Okay. Was ist hier? Ein Spiegel. Hallo, Spiegel. Hallo. Er ist sehr dreckig. Und zeigt kein Spiegelbild. Wow. Cool. Was ist das? Du bist besessen. Schau dich um. Küh. Hier ist wieder etwas rööterer. Sag mir mal. Okay, ja. Also, es wird immer kranker in diesem Spiel. Untersuchen. Ich muss einen Weg finden, sie zu öffnen, um zu sehen, was drin ist. Ähm. Ist da jemand? Ist hier jemand? Wo, wo, wo ist das Licht hin? Scheiße. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Okay. Ich mag das nicht. Es hat... Wow. Also, jetzt war ich die ganze Zeit den anderen, ähm, Raum gewohnt. Und jetzt kommt mal wieder was Neues. Oh Gott. Ich hasse sowas. Wenn man dann nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt. Oder wo man... Wow. Und ich dachte, da steht jemand. Fick. Ich... Oh ich... Okay. Untersuchen. Er scheint festgeklebt zu sein. Ich kann ihn nicht bewegen. Hm. Also, erstmal... Okay. Okay. Untersuchen. Eine alte Darstellung einer Gottheit. Und wieder klicke ich zu schnell. Sie geht zurück auf die Zeit, in denen die Menschen und die Götter die gleiche Luft atmeten. Joa. Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht kann man da den Smoking anbringen. Nö. Kann man nicht, ne? Okay. Muss verrückt sein oder ein kompletter Vollidiot. Blablabla. Okay. Hier ist eine weitere Tür, die man... ...aufmachen kann. Hm. Hä? Falls ich nicht gerade zufällig eine Brechstange dabei habe, bleibt diese Tür versperrt. Natürlich wäre es besser, einen Schlüssel zu finden. Okay. Ja gut. Und hier sind alte Holzschuhe. Typisches... ...alpines... ...Handwerk. ...Handwerk. Sie sind ganz schön heruntergekommen. Ich verstehe, warum sie sie weggeworfen haben. Nehmen. Es steckt in der Wand fest. VTF benutzen? Okay. Warum kann ich ihn nicht nehmen? Also jutz. Schauen wir mal. Also wir haben hier jetzt eigentlich so gut wie alles erkundet und jetzt das Raten dran. Ähm. Die Musik ist... Ja. Ich finde das echt klasse in diesem Spiel. Also die Musik, die ist ja eigentlich ganz ruhig, aber dann... Ähm. Die Wurzel aus einer Pflanze, ja. Dann... Es passt einfach. Es ist ruhige Musik und trotzdem macht sie einem Angst. Das ist... Es fasziniert mich an diesem Spiel. Oh man, ich habe mich schon wieder voll erschreckt. Okay, also. Wir haben ein Smoking. Wir haben... Angst. Angst haben wir auch. So. Den Schleier nehmen wir auch mit. Und... Wir gehen jetzt am besten einfach zum Licht. Hier ist lila. Der Rest ist nicht lila. Also muss es hier beim lilanen weitergehen. Was kann man mit den... Äh. Okay. Antlitz der Wahrheit. Maske das Assassin. Kann man die vielleicht aufsetzen? Es beunruhigt mich. Bla bla bla. Kann man die vielleicht wirklich aufsetzen? Das wird nicht klappen. Okay. Also. Ich würde jetzt einfach sagen. Ähm. Spiegel. Ja. Der Spiegel. Was ist... Was sind das für Wurzeln? Wurzeln einer Pflanze. Und warum flackert das auch so? Und ist so ein bisschen rötlicher. Benutzen. Okay. Ich würde jetzt einfach sagen. Wenn man da drauf klickt. Dass man dann die Maske anzieht oder so. Ne. Macht keinen Sinn. Gut. Weil irgendwie... Große Luft habe ich nicht drauf. So. Hier ist noch so eine Wurzel. Die Wurzel aus einer Pflanze. Bla bla bla. Warte mal. Ich habe doch hier... Pflanzendünger, ne? Ähm. Warum... Ist da jetzt nichts passiert? Moment mal. Das verfärbt sich grün. Okay. Ich suche jetzt mal einfach alle Wurzeln hier. Moment. Wächst das weiter? Ne, ne? Noch nicht. So. Also. Einfach alle Pflanzen düngen. Da ist noch eine Wurzel. Am Ende werde ich noch aufgespießt davon. Das wäre... So. Hier ist noch eine Wurzel. Ich glaube aber, die verteilen sich über das... Äh. Über den ganzen Raum. So. Hier. So. Dort verfieb... Ver... Boah, Mann. Ich habe mich durch die Fliegen erschreckt. Ach, Mann. So. Da hinten ist noch eine Wurzel. Was das geht? Pflanzendünger auf Wurzel. Hätte man drauf kommen können. So. Da hinten ist noch eine Wurzel. Ich warte ja schon eigentlich sehnsüchtig darauf, dass irgendwas passiert, damit ich mich irgendwie von diesem Druck erlösen kann. Ich hasse es, wenn man nicht weiß, was wann jetzt kommt. So. Waren das alle? Hm. Benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Nein! Okay, dann würde ich sagen, das waren noch nicht alle. Wer weiß, vielleicht bringt das ja auch gar nichts. Wurzeln. Schlagen. Okay, wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Wow. Yay, wir haben drei Masken und sind an einem schaurigen Ort. Und warte mal, wie kann man die Masken da anbringen? Drei Punkte, drei Masken. Benutzen. What the fuck? Warum... Alter. Wir ziehen die ab. Wir ziehen die auf jeden Fall ab. Ich kann die Maske nicht abnehmen. Warum? Alter, das ist richtig krass gemacht. Ich wollte die eigentlich gar nicht benutzen. Warum flackert das? Untersuchen. Die Wurzel scheint lebendig zu sein. Ich kann sie jetzt herausziehen. Ah. Boah. Klick. Können wir jetzt den Spiegel benutzen? Ich kann das nicht benutzen. Nehmen. Ich kann jetzt nicht nehmen. Was kann ich mit der Wurzel machen? Boah. Panoramablick hier. Oh, nehmen wir die Wurzel auch nochmal mitnehmen. Klack. Krank. Ich möchte die Maske wirklich gerne abnehmen. Benutzen. Warum? Das wird nicht klappen. Ja. Was kann ich mit Wurzeln machen? Ich weiß nicht. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber hey. 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 Benutzen. Er scheint für Kleidung gemacht zu sein. Okay. Benutzen. Es steht nicht aufrecht. Etwas, das hochgelagert halten müsste, fehlt. Ja. Also so ein Ding, oder was? Okay. Moment. Vielleicht kann man die Wurzel irgendwie... Upsala. Die Wurzel irgendwie miteinander... Ich kann das nicht benutzen. Okay. Dann funktioniert das halt nicht. Schade. Aber... Hm. Warte mal noch so. Schwarzer Schleier! Warte mal, die Eisenstange. Die Eisenstange. Nichts zu machen. Okay. Irgendwas fehlt. Und ich vermute mal, dass es in dieser Truhe da... Aber wie wir da rankommen... ...helfen uns die Wurzeln weiter. Ne, ne? Untersuchen. Ich muss einen Weg finden, sie zu öffnen, um zu sehen, was drinnen ist. Benutzen. Kann ich nicht benutzen. Da ist noch eine Wurzel. Vielleicht brauchen wir ja einfach alle Wurzeln. Nehmen. Oh Mann, ich bin voll erschreckt. Voll erschreckt. Nicht einmal alles Licht im ganzen Universum kann diesen Ort beleuchten. Ich kann mich sehen. Hier und jetzt. Das erste Mal, seit ich da dich traf. Was zum... Was? Was ist hier passiert? Okay. Moment mal. Hey, das sieht aus wie ein Gesicht, oder? Ne, doch nicht. Oder? So ein...